Die Menschen in Syrien brauchen weiterhin unsere Unterstützung. IED hat zusammen mit einigen anderen Organisationen eine weitere Hilfsaktion gestartet. Wir haben bisher Medikamente im Wert von über 1,2 Millionen Euro von unseren Partnerorganisationen und verschiedenen Unternehmen gespendet bekommen. Zusätzlich haben wir die Möglichkeit, zu sehr günstigen Konditionen bei unseren Partnern weiter Medikamente und medizinische Gerätschaften einzukaufen. Wir haben bei dieser Aktion eine recht gute Zwischenbilanz erzielt, aber es muss weitergehen. Wir dürfen nicht stehen bleiben. In wenigen Wochen wird diese große Hilfslieferung voraussichtlich über die Türkei, den Libanon, Jordanien nach Syrien gelangen. Wir bitten Sie, wenn Sie die Möglichkeit haben, dies mit Spenden zu unterstützen, so helfen auch Sie. Nähere Informationen erhalten Sie unter anderem auf www.ihed.de oder unter info.ihed.de Wir setzen Zeichen, wir verändern Leben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017